Hi, wollen wir heute was machen? Nee, ich bleib heute lieber mal zu Hause, ich bin ein bisschen krank. Nee, egal, ich hab eh keine Zeit. Bye. Der ist im Park! Wir sind beste Freunde! Was machst du denn gerade? Ich hab doch gesagt, ich bin zu Hause. Du Edna! Er ist mein bester Freund!